meine damen und herren herzlich willkommen zu einer neuen folge potato wir sind immer noch auf normalo schwierigkeit 4 und haben immer noch keine ahnung warum wir das nicht schaffen ich brauche dringend tipps von euch leider auf was soll man gehen gibt mir mal tipps auf was ihr geht wie man den ganzen bums hier schafft das bestimmt mein zwanzigster run oder so wir gehen nur auf damit stimmig und waffen wir gehen auf der mensch waffen auf die drei sachen gegeben der mensch fernkampf schaden ja wenn das nicht geht was auf was gehen wir dann tempo lp generation ist auch nicht unbedingt schlecht und Das war's für heute. Na, kann Schaden nö, überwertend. Scheiße, ich hab was gekauft. Was hab ich gekauft? Okay, Sparschwein. Das glaube ich nicht ganz so schlimm. Okay. 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 Auch mehr Damage. Tja, was nehmen wir jetzt hier? Neuwürfeln. Noch mehr Tempo. Wir nehmen mal Tempo mit. Scheiß auf Glück. Oh, okay. 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 Hier hat man gerade wirklich gut gesehen, dass der Schaden fehlt. Wir brauchen glaube ich gleich das Item, hoffentlich kommt's, dass Tempo meinen Damage erhöht. Okay. 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 Aber da ist auch gar nicht so schlecht. Aber uns fehlt der Damage, Leute. Boah, das ist sehr viel nicht eingesammelt worden. So, Lebensabzug und Generation. Das finde ich ganz gut. Schaden ist okay, aber ist noch nicht gut. Ja, die Chargede irgendwie komplett haben wir nicht vorbei. Und die mit den Hörnern, die tratschen voll auf mich zu. So, ausweichen. So, ich habe jetzt wieder ziemlich viel Crap gekauft. Uns fehlt halt Damage, also die Waffeln sind nicht gut ausgebildet. So. 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 sich das rechnet. Plus 10 Gegner. Das ist gar nix. Angrisstempo. Plus 10 Damage. Sperren wir mal. Abwechslung. mir fehlt schade so viel nicht eingelammelt ich brauche das item ich brauche das item das tempo auf schaden gibt ins punkt wird ich weiß nicht ich glaube es ist auch geil jetzt kommt der boss Das war's. Also tot kriege ich ihn auf gar keinen Fall. Aber vielleicht überleben wir das. Immerhin überlebt. So. Minus 5% Gegner. Sehr gut. Ich brauche jetzt unbedingt dieses Item, das Tempo in Schaden umgesetzt wird. Das wär wirklich Pugnays. Feiern hit mal plötzlich Damage. Dann wird der Damage plötzlich da. Das wär gut, aber auch etwas Tempo ist. Völlig unterschätzt. Wenn man schnell ist, dann kann man auch gut ausweichen. So. Tempo hatte ich genug. Deswegen nehmen wir den auf jeden Fall mit. Ich darf halt nicht getrunken. Das war's. 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 Lernkampfschaden. Das war's. Das war's. Das war's. Ich will. Das war's. viele kugel ich verstehe es nicht leute ich verstehe es nicht im Video, die müssen mir helfen muss ich auf muss ich auf lp gehen auf rüstung muss ich defensiv spielen was mache ich falsch danke fürs zuschauen bis zur nächsten folge und ciao